Hallihallo netzlich, willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe, die mittlerweile 200. Ausgabe steht an. Und da haben wir uns natürlich was Besonderes überlegt. Wir beginnen mit den Länderduellen. Und nicht nur mit irgendeinem Länderduell, nämlich, wenn man so möchte, der Gastgeber, also Großbritannien oder England, tritt an. Und natürlich wir, so als hauptsächlich deutschsprachige Nationen, also ich zähle jetzt einmal Schweiz, Österreich mal so ein bisschen mit dazu. Ja, treten an gegeneinander. Und das soll natürlich das erste von vielen, vielen Länderduellen sein, die da so starten werden in den nächsten vielleicht 100 weiteren Multiplayer-Ausgaben in Horizon 4. Mal schauen. Also liegt auch ein bisschen an dir als Zuschauer, ob du natürlich das Ganze weiterhin supporten möchtest. Aber wer ist denn heute alles mit dabei? Und da sind auf jeden Fall ein paar Namen dabei, wo ich mich sehr freue, dass sie da am Start sind. Natürlich der Andi, der darf nicht fehlen. Eragros ist mit dabei, Acid, Bluto, Benni, Mr. Elwinko, Murmel, Stoi, Yoshi, Lukas370Z und Gartenheini. Grüßt euch! Hallo! Hallo! Servus! Hallöchen! Guten Morgen! Ja, und wie man das kennt bei Länderduellen, zumindest mal die, die vielleicht Länderduelle noch aus Horizon 2 oder 3 Tagen kennen, man hat relativ große Auswahl zwischen den Duellen. Deswegen mussten wir uns natürlich irgendwo für welche entscheiden. Natürlich wären da auch viel, viel mehr gegangen. Wir haben uns tatsächlich dieses Mal für ziemlich PS-starke Duelle entschieden. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Natürlich so das klassischste Duell, das Hybrid-Hypercar-Duell. Hier P1 gegen Porsche 918 haben wir mit am Start. Dann, ja, wird es ein bisschen moderner. Der McLaren Senna gegen den Apollo in Danza Emotione. Und ja, Apollo ist eine deutsche Marke, auch wenn sie jetzt mit chinesischen Teilhabern ist oder so. Aber es ist trotzdem noch eine deutsche Marke, darf man nicht verkennen. Ja, ein Duell, was wir auch schon des Öfteren gesehen haben. Und ja, Brüder im Geiste sind. Wir haben hier einmal den Aston Martin Vantage gegen den Mercedes-AMG GTS. Und ja, bei Aston Martin bleiben wir auch beim nächsten Duell. Nämlich der Aston Martin Vantage GT12 tritt an gegen, ja, das Fahrzeug, was uns heute wahrscheinlich die ganze Zeit nerven wird. Nämlich den BMW M4 GTS. Warum und wieso nerven? Naja, wir werden es gleich rausfinden. Beziehungsweise vielleicht weiß es auch der eine oder andere, was ich damit meine. Und ja, jetzt wird es ein bisschen dicker, aber nicht weniger PS-stark. Und zwar steht an der Bentley Continental Supersports gegen den AMG GT4-Türer. Und ja, das letzte Duell ist ein ganz besonderes Duell. Und zwar so ein bisschen Gruppe B-Special ist mit dabei, auch wenn wir heute keine direkten Rally-Disziplinen fahren werden. Aber Asphalt-Rallys können die natürlich auch. Wir haben den MG Metro 6R4 am Start gegen den legendären Audi Sport Quattro. So, geil. Ich freue mich richtig drauf. Und wie immer bei den Duellen würde ich sagen, beginnen wir erst einmal mit dem Track Race. Sehr cool. Ja, wer was fährt, werdet ihr gleich noch sehen in den Übersichtssabellen und in den Endergebnissen. Und ja, der Ray fährt nicht den Porsche. Wie kam es da dazu? Ich weiß es nicht. Unmöglich. So, ihr habt gesagt, er will Porsche fahren. Das war sein Problem. Nee, tatsächlich haben wir die Duelle ausgelost. Und es war schon ein bisschen, ja, es war schon irgendwie so wieder klar, dass ich zu dem Duell ausgelost werde, wo der Porsche dabei ist. Und deswegen habe ich ihn jetzt nicht genommen. Ja, trotz aller, ich hoffe, damit fliege ich nicht aufs Maul, aber ja, wir werden es schon irgendwie rausfinden. Irgendwann machen wir Porsche gegen Porsche. Ja, das muss fast. Dann kommen wir nicht mehr drum rum. Netzt sich halt dann Head-to-Head, ne? Viel Spaß. Da hätten wir dann so ganz klassische Duelle wie GT2-S gegen GT2-RS. 918 gegen 918. Ne, das ist ja voll unfair. 918 gegen 918, hallo? Also, Andi, da hätte ich jetzt mehr von dir, aber es ist doch ganz klar, dass du den 918 gegen den Panamera antreten lassen musst, weil, ne? Ja, eigentlich gegen den 819. War ja, Panamera ist auch gut. So. Check. Wobei, ne, das wäre unfair. Wir haben ja nicht den E-Hybrid Panamera, nur den Turbo. Stimmt. Turbo DS. Aber wenn wir ihn hätten, dann wäre es natürlich eine klasse Sache. So, dann nehmen wir alle mal an. Und hoffen mal, dass es diesmal beim First Try funktioniert. Ich hoffe, dass jeder die richtigen Reifen drauf hat und so. Nicht, dass schon mal jemand die falschen Reifen beim Track Race hatte. Und wir deswegen neu starten mussten. Das ist mir ja noch nie passiert. Oder uns, besser gesagt. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ne, ne, es wäre ganz neu, dass sowas geschehen hätte, Max. Ne, ne. Es fühlen sich jetzt gerade mehrere Leute angesprochen. Das spricht schon mal nicht für uns. Aber tatsächlich gibt es auch nur, tatsächlich gibt es aber auch nur ein einziges Fahrzeug, welches anderen nicht serienmäßig Reifensatz bekommen hat, um quasi das Duell anzugleichen. Das ist tatsächlich der GT4-Türer. Der hat nämlich standardmäßig Standard-Reifen, also Straßen-Reifen. Und der hat jetzt ein, ja, Sport-Reifen-Upgrade bekommen. Ja, ansonsten haben alle eigentlich... Ja, der P1, der hat Track-Reifen gekriegt. Ja, aber nur jetzt für das Track Race habe ich Track-Reifen drauf. Ja, genau. Dann auch Offroad-Race habe ich auch eine Chance. Genau. Sobald es Offroad geht, nehme ich die Offroad-Race. So sieht es nämlich aus. Dann schauen wir doch mal. Richtig, Reifen gut aufwärmen, Drehzahl finden. Ah, ne, halt, das war ein anderes. Schwierig. Auflatschen und hoffen, dass es hält. Aber ich freue mich. Länder-Duelle, das bringt nochmal so ein bisschen wieder mehr Schwung rein in die Duelle. Natürlich werden auch weiterhin Klassen-Duellen und so weiter kommen. Aber jetzt so erstmal wieder den Fokus. Hä? Oh Gott, hat der Sport-Reifen gekriegt. Was war das jetzt für ein Quatsch? Ach, du Scheiße. Da ist den Ray eigentlich bevorstehend in die Mauer rein. Ja, ich dachte gerade, ey. Aber ich glaube, Kulisun wäre eher aus gewesen. What? Aber ich hatte gerade echt Schiss, dass ich nicht vorbeikomme. Okay, das war der D-Sync des Jahres. Ist halt gefühlt eine Sekunde vor mir losgefahren. Irgendwie stand alles und ich durfte es schon los. Ich bin jetzt schon die Ausröten. Da haben wir ja den Vorteil. In den nächsten Duellen machen wir ja quasi nicht den Spielstart, sondern da machen wir ja unseren eigenen Rennstart. Da sollte das ja dann eigentlich nicht passieren. Nichtsdestotrotz, das war das erste Duell, der Auftakt, wie man es kennt. Das Viertelmeile-Track-Race. Und wir wollen natürlich wissen, nicht nur, wie die einzelnen Duelle untereinander ausgegangen sind, sondern wir wollen natürlich auch wissen, welches Land geht jetzt in Führung. Und tatsächlich, das Gastgeberland geht mit 4 zu 2 in Führung. Da der Murmel, der so auf den billigen Plätzen zwischengerufen hat, nicht ganz recht. Aber das heißt natürlich noch gar nichts. Das kann sich natürlich noch in die eine oder andere Richtung entwickeln. Wir haben noch einiges vor uns und ich würde sagen, wir verlieren da auch keine Zeit. Machen wir direkt weiter mit dem Sprintrennen. Da geht's los. Ich glaube, ich war 1.10 Uhr nur zu früh am Start, aber ist egal. Ich würde auch schon den M4. Aber zum Glück hat mir ein Zufallsgenerator ein schnelleres Auto gegeben, da muss ich den M4 nicht so ertragen, so oft. Wieso ist das Getriebe vom MG bei 200 zu Ende? Was ist das? Da bin ich eine Chance noch. Boah, da hat er einen Flügel flachgestellt. Guck mal, DAS hier. Ach stimmt, DAS-Knopf hat er P1. Jetzt war er das mal gefordert. Das von Kears und Dings hatten. Der hat einen DAS-Knopf, kein Kears-Knopf. Kears-Knopf hat er verraten. Ich meine, der hat auch aber einen Duß-Knopf zum DAS. Ja, ja, das kann es sein. Brüdo, warte mal bitte. Darf ich das betrieben? Oder auch nicht weiter, wieso ist das rutschig? Deine Begrenzer-Party permanent hier gerade. Du warst eigentlich gerade einen Grip verloren, du. Hi, Logas. Da ging es mir nicht an. Hi, tschüss. Viel Spaß mit meinem Plan. Oh, schon wieder. Alter, also der Sportquattrofett ist jetzt nicht angenehm. Ja, du hast auch ein paar Kilos mehr auf dem Rippenstool. Hier wird mal Zeit, dass du wieder ein bisschen abnimmst, du. Das ist in letzter Zeit, denke ich. Ja, das ist, äh, geht nicht. Du hast zwar, du hast zwar zwei Beine mehr, um nach vorne zu laufen, aber. Ja, also zwei Räder meine ich natürlich, äh, aber. Zwei Beine, zwei Speckschenkel. Zwei Schuhe. Zwei Schuhe mehr, aber. Ich muss gleich bei mir, gleich spielen wir ein bisschen lauter, man. Ich höre fast gar nichts vom Auto. Ist ein Glück, ist der M4 nicht hier, sonst hätten wir gleich nichts mehr. Aber, auch wenn die jetzt schon mittlerweile echt ein paar Ärchen alt sind, P1 und 918 und LaFerrari würde ich jetzt einfach mal dazuzählen, auch wenn er nicht hier mitfährt, der Jener hat nichts zu suchen. Das ist der Schiri, naja, der LaFerrari. Ne, ähm, hier kann man halt immer noch voll gut angucken, die sehen immer noch modern aus. Der P1 ist total. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass die schon so alt sind. Ja, oder der 918, ich finde, der hat immer noch super moderne Linien. Ich komme nicht darauf klar, dass die schon so alt sind. Für mich sehen die immer noch top modern und neu aus. Vor allem der P1 ist richtig schnell. Ey, das gibt es gar nicht, ey, dass der beim Anbremsen so wegrutscht, ey, Wahnsinn. Braurig ist der MG, ist lauter als der M4-GTS. Ja, ich höre es. Ja, der hat mich voll überholt, ich habe den M4 gar nicht gehört. War nur die kleine Nähmaschine, die vorbeigetuckert ist. Was im Duell M4 gegen Vantage GT12 ganz interessant ist, der Vantage hat auf den Geraden den Vorteil und der M4 in den Kurven. Also wirklich eindeutig. Aber das Krasse ist, 918 und P1 ist trotzdem ein super knappes Duell. Ja. Auch wenn ich davon ausgehe... Was hast du top speed? Ah, habe ich nicht geguckt, aber war auf jeden Fall schnell. Ich bin noch nicht mal auf dieser Schlussgeraden und ich hänge jetzt schon einen Begrenzer dran. Lol, Murmel. Ich gehe nicht schneller als 210, Mann. Kacke. Da kommt der Quattro, da hinten. Alter. Ach stimmt, das sollte man vielleicht überlegen. Aber das reicht nicht. Sollen wir Zwecks der Fairness den letzten Gang länger übersetzen bei den Rally Cars, weil das ist ja auch schade, wenn das übers Getriebe entschieden wird. Wie gesagt, 210 ist mein Top Speed, da ist Begrenzer. Also so lange wir keine Top Speed-Strecken fahren, bringt mich das ungefähr gar nichts. Das ist jetzt blöd, also bei Lukas und mir wäre es fast eine Punkteteilung, wir wären ungefähr geghostet ins Ziel gekommen. Ja, aber da kannst du dann wirklich nichts mehr machen. Aber vom Top Speed ist der M4 dann doch noch einen Tacken besser wie der GT12. Definitiv, ich glaube der GT12 geht gerade mal 300. Ja, wenn ihr euch einig seid, dass das eine Punkteteilung gewesen wäre, dann könnt ihr euch darauf einigen, dass es eine Punkteteilung gewesen wäre. Ich kann das ja nicht beliebäugeln, weil ich ja vorne gefahren bin. Aber wenn ihr das so sagt, dann machen wir das so. Da wäre noch ein bisschen Platz gewesen, der Lukas hat definitiv da den vorderen Platz gehabt. So oder so würde ich sagen, wir checken das mal ab mit dem Getriebe der Rally Cars. Aber zunächst schauen wir erstmal auf die aktuelle Tabellensituation und wie sich das Länderduell entwickelt. Ja, und es bleibt bei der Zwei-Punkte-Führung für England-Großbritannien. Nagelt uns da nicht fest, wenn wir England sagen. Die Duelle sind aber bis jetzt, nach zwei Duellen kann man jetzt noch nicht viel sagen, aber zum Teil auch ausgeglichen. Wir haben zwar auch hier, der Senna hat schon zwei Punkte für sich eingeheimst, der Metro auch, sowie der Mercedes-GTS. Aber ansonsten Punkteteilung, also ich glaube, das könnte auf jeden Fall noch spannend werden. Und auch hier bleibt meine Devise, wir verweilen nicht allzu lange auf dieser Tabellensituation. Wir wollen natürlich die Action sprechen lassen und deswegen geht es jetzt ganz, ganz schnell zum Rundenkurs. Und da gibt es natürlich wieder doppelte Punktzahl, einmal fürs Endergebnis und einmal natürlich auch für die Rundenzeit. Ja, und damit das Rundkursrennen eröffnet und ich teste den Drehzahlbegrenzer aus wie so ein Idiot. Ja, leider. Ja, gibt kein Overboost beim P1. Kurzum ist man nicht ein Spiel. So. Ja, um das zu vollständig der MG Metro durfte das Getriebe etwas länger übersetzen und fährt jetzt so im Schnitt 20 kmh schneller. Beim Audi mussten wir es nicht, der hat eh schon eine ordentliche Topspeed. Alter, jetzt sind MG und der M4 nebeneinander. Das ist ein Grip der Hölle, ich sag's euch. Todes-Combo. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh Gott. Hier ist alles cool. Oh Gott, das ist nicht sein. Oh. Gib mal Gas, vielleicht hörst du sie nochmal im Büro. Das Kurvengrip ist beim M4 Wahnsinn. Du kannst in den Kurven, solange keine 90 Grad Kurven sind, also ich sehe für den Bentley Continental, sehe ich nur eine Möglichkeit das Ganze zu gewinnen. Du baust den 60mm-Geschutz oben aufs Dach rauf und schießt die ganzen Gäten einfach weg, weil mit der Fahrleistung kannst du es nicht reinholen. Der Wagen ist so schwer und lahm und schlecht unter Bremsen, dass ich gerade was draufhabe. Bei Fatou ist immer noch schneller als der MG auf den Geraden. Ja, aber du kommst ja ordentlich ran in den Kurven. Du merkst, dass der P1 ein richtiges Highspeed-Monster ist. Ja. Also selbst Senna und Apollo ziehen auf den Geraden halt gar nicht weg. Das ist halt so eher so aus den Kurven raus und in den Kurven, da sind sie schon echt mit Waffen. Aber so auf den Geraden denkst du so. Ja, der Apollo kann auf der Kran aber auch nichts. Ja, das ist auch sein großer Nachteil gegen den Senna. Das ist halt dann geil, dass das auf dem Sprint und auf dem Rundkurs-Rennen nicht unbedingt ein kleiner Teil war bisher. Ja, ich habe sogar überlegt, Arthur's Seed-Rundstrecke zu machen gerade eben, aber da dachte ich, das wäre ja noch unfairer, weil da ist ja noch mehr Top-Speed. Ich finde, das ist halt mit das angenehmste Rundkurs-Rennen hier. Gerade wenn man so S2-Karren halt dabei hat. Ja, war ja damals auch beim Community-Clash das Lundkurs-Rennen, ne? Ja, da sind wir gefühlt ja alle gefahren, oder? Das schreit wir dabei nicht. Ey, der geht mit auf drei Rädern durch die Kurve, der MG. Finde ich geil. Der 918 kommt halt auf der Geraden nicht mal an die 300 ran, also... Oh, du Arme. Ich komme auf den Geraden nach 220, Mann. Der Martin GT12 fühlt sich ein bisschen träger an auf der Vorderachse, das könnte aber auch an dem Riesen V12 liegen. Der V12 merkt man aber gar nicht. Jetzt fragst du mal Andi bezüglich V12 und dann reden wir weiter. Ja, ist ja klar. Jo, klingt nach V12. Ja, also auch. Fühlt sich an wie V12, ich glaube, das ist V12. Das ist V12. Und Murmler hat verlassen. Ja, das ist schlecht. Ich wurde ja nicht gerade so, warum alle bei mir nach Recht abbiegen. Wo hab ich jetzt den Witz verpasst? Nee, nee, das waren nur die deutschen Fahrzeuge bestimmt. Die haben da gedacht, ach, da geht's nach Polen. Puh, das war eine super gute Runde. Ich war gerade wieder voll MG. Lassen wir die Art von Witze und gucken lieber auf den aktuellen Tabellenstand nach dem Endergebnis erstmal, bevor wir die Rundenzeiten auch noch mit dazu nehmen. Ja, siehe einer an, Rundkursrennen ist eher das Pflaster der deutschen Fabrikade. Es ist nämlich Gleichstand. 9 zu 9 steht es. Und es führen zwar in den Einzelwertungen vier Briten vor den Deutschen, aber Benni mit dem Mercedes-GTS macht hier richtig Big Points gegen den Aston Martin Vantage von Gardenhaini. Und deswegen gleicht sich das alles so wunderbar aus. Ja, ich würde sagen, wir schauen aber auch direkt mal, wie sich das Ganze entwickelt, wenn wir auch die Rundenzeiten bzw. die schnellste Rundenzeiten aus diesem Rundkursrennen noch mit dazu rechnen, ob dann vielleicht sogar die Deutschen die Führung übernehmen. Wir schauen drauf. Und es bleibt spannend. 12 zu 12 steht es. Denn ja, es gab ein Ergebnis, wo die Rundenzeit schneller war, obwohl das Gesamtrennen verloren wurde. Und deswegen ist es ja nicht die Führung für Deutschland, sondern immer noch bereits der Ausgleich. Also es bleibt sehr, sehr spannend zwischen diesen beiden Automobilen Nationen. Und ja, wir ziehen einfach durch. Wir wollen Gas geben und deswegen kommen wir jetzt zu den heißen Dreien. Und das heißt einmal Höchstgeschwindigkeit, Bremsweg und den Preisvergleich. Und wir beginnen natürlich mit der Höchstgeschwindigkeit. Und da sieht es wie folgt aus. Schneller. Das hat sich abgezeichnet. Ja. 406. Definitiv, ja. Der Mercedes-EU-Mistisch. Ja, ist nichts Krasses, Spannendes dabei. Mercedes, klar, ist sowieso schnell. Obwohl selber Motor bei Vantage und GTS, aber ist egal. Ist einfach Mercedes, hat schon mal Geschwindigkeitsbonus. Gut, bei der Gruppe B haben wir ja jetzt quasi beim Metro nachgeholfen. Sonst wären es ja 220, glaube ich, gewesen. Aber so oder so Audi ist schneller. 212,9. 212,9, okay. Okay, GT12 und GTS ist interessant. Aber hier sind alle nahe zusammen. Also, ne, bei P1 müssen wir nicht drüber reden. Da wissen wir, dass der ein bisschen schnell gemacht wurde. Aber auch ein 982, da fährt keine 382,9 in real life. Ich glaube, das ist bei so ungefähr 360 plus, minus Schluss. Beim P1 ist es, glaube ich, auch so um die, der hat dann so ungefähr die 370 bis 380, glaube ich, oder so. Aber ist egal. Also, P1 ist schneller, das stimmt schon. Und ich glaube, Senna und Intensa Emotione ist, glaube ich, auch in real life, kommt es hin, dass der Senna wahrscheinlich einen Ticken schneller ist. Weil der Apollo ist einfach halt, also sind beide natürlich Downforce-Monster, aber der Apollo, schaut euch den Apollo einfach mal an. Der Apollo hat ja nur 800 Kilo oder so, das ist ja peinlich. Ja, eben ist ja nix, das schafft ja, es schafft ja VW-Gold vom Nachbarn. So, ähm, ja, wunderbar, da würde ich sagen, äh, das zeichnet sich natürlich schon mal ab, dass Deutschland jetzt die Big Points holt. Oh, da geht Siri an, äh, hallo, Siri. Äh, die hat da auch ein Wände. Ähm, ne, ähm, genau, also Deutschland holt ja auf jeden Fall Big Points und deswegen, äh, aber gut, klar, die deutschen Autos müssen schnell sein, die fahren auch Autobahnen, ja, das ist klar, das wäre ja auch blöd, wenn nicht. Deswegen, ähm, ja, wir gehen ganz kurz rüber auf den Gesamtstand und da sehen wir, ja, da jetzt zum ersten Mal die Führung für die deutschen Fabrikade. Aber es bleibt spannend, ne, also hier auch immer noch ganz knapp mal gucken, ob sich es dann jetzt im Laufe der heutigen Ausgabe, ich wiederhole nochmal, der 200. Multiplayer-Ausgabe, das ist mega krank. Also, da waren wir noch nie im Ansatzweise in einer Forza Horizon-Reihe so dran, ähm, spricht aber auch dafür, dass die Formate Bock machen und, äh, man noch nicht genug davon hat, ja, ist ja auch gut so. Egal, ähm, ja, wir machen aber weiter, äh, wer schnell fährt, ihr kennt es schon, muss natürlich auch bremsen können und deswegen schauen wir mal auf den Bremsweg-Vergleich. Ja. Okay. Oh, das ist sichtlich knapp. Bitte was? Wenig Gewicht ist am besten, das ist tatsächlich knapp. Das will ich, das will ich anfechten. Also das einzige Duell, was nicht knapp ist, ist natürlich der Metro und der Audi, aber sonst ist es ja wirklich... Jo. Krass. Ja, den Punkt kannst du schon haben, Moritz, nimm den, das ist, glaube ich schon, tatsächlich... Glaube ich nicht, wenn ich das so angeguckt habe im Rennen, ich drehe da drauf, das ist bitte da. Ja, du musst halt immer bedenken, dieser Bremsvergleich ist immer der Idealvergleich, wo auf einer Geradenstrecke, ohne Lenkung, ohne irgendwas, und in den Rennen, denen wir fahren, da ist ja meistens immer noch so ein bisschen Lenkung mit im Spiel, Gefälle, je nachdem und so, deswegen, das kannst du nicht immer gleichsetzen. Aber die Diskussion hat man schon das öfters. Selbst auf der Geraden sind da zwischen euch nur sieben Zentimeter. Ist schon nicht so viel, ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn dir jemand so eine Bremsscheibe von seinem Bentley Continental in die Hand drückt, dann meinst du, du bekommst ein Grundstück geschenkt. Die sind schon exorbitant riesig, ey. Das ist schuldig. Ja, 2,2 Tonnen halt, ne, da kann man ausgebremst werden. Richtig. Und den Grundstück zu ihrem Auto? Ja, gerne. Sind es da nicht 70 Zentimeter? Ne, 70. 70, ja. Sagte ich doch. Ja, hast du gesagt. Ich hab's nur noch mal betont, falls es jemand missverstanden haben sollte, ja. Ja, aber krass. Also, es ist super, super eng. Das könnte in alle Richtungen eigentlich schwappen, aber es ist, wie es ist. Und damit holt auf jeden Fall schon mal der GT12, der SMH Advantage, seinen ersten Punkt. Das muss man natürlich auch mal hier in Ehren halten. Und, ähm, ja. Wir sehen, dass natürlich jetzt Großbritannien, England, Schottland, ach, das ist so nervig, ey, weißt du? Die Insel. Die Insel halt. Die Briten. Außer, außer Nordirland. Die sind ja extra, ne? War das nicht so? Oder nee? Doch, nee. Irland ist extra. Nee, Nordirland gehört zu Großbritannien und Irland ist Irland. Boah, die sind die Insel. Das ist so irre. Ja, so irre ist das. Könnt ihr es nicht so machen wie Island. Island ist einfach Island, weißt du? Nee, die machen hier schön, ja, ne? So, aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Wir gehen aber rüber auf den Gesamtstand. Und ja, große Mathematik. Klar, wenn jetzt natürlich die Engländer, Inselmenschen, was auch immer, natürlich jetzt hier die vier Punkte holen, dann ist es wieder ein Ausgleich, 18 zu 18, das bleibt spannend. Und ja, ist natürlich auch das Tolle daran an den Länderduellen. Ich glaube, Länderduelle sind in der Regel meistens relativ spannend, weil wir einfach aus den großen Duellen einfach so ein bisschen schöpfen können. Wir schauen natürlich auch, dass es eine mögliche Markenvielfalt gibt. Klar, ist jetzt hier Mercedes zweimal dabei. Wobei, wenn man es genau mit einmal, nee doch, sind beides Mercedes-AMG, sind nicht Mercedes-Benz, stimmt. Das ist ja bald schon die neue eigene Marke, aber trotzdem zweimal Mercedes dabei, zweimal McLaren dabei. Aber trotzdem gucken wir auch ein bisschen auf Markenvielfalt. Und ja, aber trotzdem hat man einfach viel mehr Duellmöglichkeiten. Und dann macht es das natürlich auch ein bisschen spannender. Würden wir bei allen Duellen, die es so gibt, aus allen Fahrzeugen, die es so in Wirklichkeit geben könnte, würde, was für ein Deutsch, dann könnten wir, ja, dann könnten wir natürlich supergeile Duelle machen. Aber wie oft ist es so, dass man dann von dem einen halt das eins bessere Modell hat und lieber das eins schlechterer hätte oder, ne? Aber wie auch immer, wir vergleichen ja nur, was hier im Spiel vorhanden ist und ich rede hier mich um den heißen Brei. Wir wollen nämlich wissen, wie es im Preisvergleich ausschaut und da sieht es wie folgt aus. Oha. Ja gut, die Riesenbreiwissen kosten da noch Kohle, ne? Knapp. Die KPB-Auto ist so teuer. Bleibt genauso wie vorher. Da kriegt man schon 2M4 GTS und ein bisschen mehr Rät für Ohren Aston Martin GT12. Tja. Würde ich den Aston Martin nehmen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Wagen, der mich überrascht hat beim Raussuchen, war der Viertürer. Ich hab den irgendwie viel teurer eingeschätzt. Ja, aber 150.000 ist trotzdem übelst viel. Natürlich schon, klar, aber ich hab mir trotzdem irgendwie gedacht, so, der wird schon Richtung 200 gehen. Ja, denke ich, aber auch, wenn du mal kurz in dem Eimer drinnen bist, muss man ehrlich sagen, für das, was der hat, naja, ist 150 schon. Also, immer noch zu fies, aber du vergleichst einen Mercedes-Benz. Also, hätte ich 150.000, würde ich ihn mir nicht kaufen, sagen wir es mal so. Nicht, weil ich ihn nicht cool finde, aber, ja. Das ist wohl da so nicht. Ja. Aber sieh mal an, trotz, dass da halt nicht gerade die günstigsten deutschen Modelle mit dabei sind, ja, zeigen halt die aus Großbritannien, dass sie halt sich auch gern das ein bisschen bezahlen lassen wollen. Deswegen, klar, holen die Deutschen hier definitiv mehr Punkte. Und, ja, bei Gruben B-Fahrzeugen, klar, da machen wir natürlich einen Unentschieden draus, bei Rennfahrzeugen, da, beim Essen war kein Wert. Das machen wir nicht, werden wir auch nie machen und ist gerechte Punkteteilung in dem Fall. Ähm, ja, gibt's groß noch was zu sagen, will du noch was dazu sagen? Sendergünstiger SP1. Das ist schon groß, ja. Stimmt. Ich hab' ich auch dreimal nachgeschaut, ob das so sein kann, aber es ist wirklich so. Stimmt. Das ist ne harte Nummer eigentlich. Ja, wobei, der P1 ist halt mehr so dieses schön geschniegelte, geile Fahrzeug für die Straße und alles. Und Sender ist ja eigentlich schon eher so eine Machbarkeitsstudie, was halt auch nicht gerade schön ist. So. Ich denke, halt, das Hybridzeug ist im P1 drin, das ist ja auch teuer. Ja, okay, der P1 hat aber auch einen recht breit gefächerten Preis gehabt. Ich weiß von jemandem, ähm, der hat sich so einen geholt und der war dann, glaube ich, schon bei 1,5 was gewesen mit der Ausstattung. Ja, 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 wenn du... Oder den Paket, was er so haben wollte. Also, das ist schon... Ja, hat er direkt bei McLaren gekauft, oder? Ja, natürlich, ja. Genau. Okay. McLaren ist ein Kunde von uns und, äh, wir mussten den seinen P1 aufbereiten. Der hat den ersten in Deutschland gekauft, sozusagen, ja. Okay. Ja, gut, beim 918 geht's natürlich ein bisschen teurer auch, wenn dann das Weissach-Paket dabei wäre, aber das wäre dann auch noch bei 800.000, also niedriger 800.000 wert. Also, auf die Millionen geht er nicht. Also, jetzt, wenn man einen kaufen möchte, schafft man auf jeden Fall die Millionen zu knacken. Ganz locker. Aber, äh, wir machen ja hier die Herstellerpreise. Damals war das ja klar, war ja geschenkt. Also, Andi und ich haben uns auch jeweils drei gekauft, also, easy. Ähm, ja gut, Leute, dann schauen wir natürlich nochmal, bevor es dann wieder auf die Rennstrecken oder auf die Strecken dieses Duells geht. Nochmal ganz kurz auf den Gesamtstand nach den heißen Dreien. Und da sehen wir, Deutschland geht in Führung mit drei Punkten Vorsprung. 22,5 zu 19,5 Punkte. Wir haben, äh, ja, MG Metro und Audi Sportquattro ausgeglichen. Was ja eigentlich auch irgendwie cool ist, weil das sind eigentlich die beiden Fahrzeuge, die nach einer gewissen Norm aufgebaut sind, der Gruppe B. Auch wenn der Sportquattro, ähm, ja, Rallye-Weltmeister oder mit dem Rallye-Weltmeister geworden ist. Aber trotzdem, vielleicht kann sie ja noch entscheiden in die Richtung. Aber es ist auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Ähm, ansonsten, was sehen wir noch? Äh, GT12 und GTS sind noch, sagen wir mal, mehr oder weniger auf einem ähnlichen Niveau unterwegs, sowie auch der Senna und der Apollo in Danza Emocione. Ähm, ja, aber es kann sich natürlich alles noch in die eine oder andere Richtung entwickeln, denn jetzt kommen die etwas spezielleren Rennen. Sei es Regen, sei es Nachts, sei es das Finale mit doppelten Punkten. Wir werden es sehen, wir verlieren keine Zeit und gehen jetzt erstmal zum Rundkursrennen in der Nässe. Tja, da geht's los. Im stürmenden Regen. Oh Gott. Erstmal wird drauf klar zu kommen. Street testet erstmal die Offroad-Tauglichkeit. Das ist der 959. Aber er wäre gern einer. Ja, ist ja auch da nach Nachfolger so gesehen. Also nicht direkt, aber so indirekt. Ja, mal schauen wir mal. Yo, Special Strätze. Mal gucken, wie lang noch. Jetzt kommen Kurven. Ball raus. Die Kurven hatten wir schon mal, ja. Okay, tschüss, Andi. So, Tobi, bist du hin? Wir sind grad ein bisschen rausgeruht. Ich bin jetzt bis weg. Der MG hebt immer gerne das Beinchen, das hinten. Weil das für dich echt süß. Gott, ey, das ist... Gar nicht mal so einfach mit dem P1 hier. Gott, der M4 durchs Bild durchkommt. Das ist so kathassrophal. Du hast da richtig Ruhe und dann schiebt sich der BMW auf einmal rein. Oh, jetzt kommt die gerade Schein. Oh, gut. Ey, der Arsch will mich die ganze Zeit überholen. Das finde ich nicht so geil. Das kann man auch falsch verstehen, ne? Der Arsch will mich die ganze Zeit überholen. Wie redest du denn von Stewie? Ja, ey, irgendwie gar nicht. Mensch, Alter. Zwei Hunde rausgaben, jetzt merkt man eigentlich mal, wie der Weh drauf ist. Ja, jetzt kommt's raus. Jetzt lassen wir ja mal die Sau rausgehen, ja. Genau, jetzt ist eh schon egal. Ich formulier's nochmal neu. Ich möchte jetzt ausprobieren, aber ich glaube, der kriegt die Schnelle-Core tatsächlich voll hin. Sogar im Wehen. Ich möchte's aber nicht testen. Ich möchte kurz anmerken, wie das Gruppe B fällt. Einfach grad die Hälfte der Autos versägt. Ja, die dürfen jetzt geil abgehen. Die müssen jetzt ja Gruppe haben. Ja. Die werden's die Gräuze in die Paris. Das ist so geil zu sehen, der MCs kehrt sich aus den Kurven immer weg. Ja, sagt das nicht zu früh, ey. Das ist echt auf der Rasierklinge, das Teil. Tatsächlich ist der 918 jetzt sehr ins Übersteuern gerutscht auch. Ja, das ist tatsächlich immer wieder interessant, wie die Fahrzeuge sich zum Teil im Regen ganz anders verhalten. Es gibt aber auch schon so Fälle, wo Fahrzeuge, die im Trockenen übersteuernd waren, mit Regen auf einmal untersteuern werden. Ja, zum Beispiel der Vantage, der 18er. Der ist so. Hab ich in meinen Duellen, die ich mit dem bereits bestritten hab, ja schon. Ja, ist der schon mal in Duellen vorgekommen? Was? Bitte erzählen Sie mehr. Ja, da würde ich ja am besten die Multiplayer-Planlist auschecken und die diversen. Und alle Folgen schauen aus allen Sichten. Genau, alle 200. Du musst das ja sowieso machen, sonst konntest du nicht die nächste Folge freischalten. Achievement unlocked. Neue Folge. Alter, wie schnell der Senna durch ist. Tschüss, Vince. Ist das schon fertig? Ah, dieser Panzer. Ich bin gerade erst wieder im Wald. Fast hätte ich den Senna bekommen. Irgendwie klebt der GTS mehr auf dem Asphalt verreden als bei Trocken. Aber ich hab die schnellere Rundenzeit, wobei die nicht zählt. Aber du hast sie. Gut, Senna ist eigentlich eher mein Partner und nicht mein Gegner, aber ist egal. Hat der so krass auf den Regen reagiert? Das schaffe ich nicht. Nicht direkt, er hat einfach allgemein noch mal weniger Crip und der hat eh Probleme mit untersteuern die Kurve raus und übersteuern die Kurve raus daneben. Also, das eine rein, das andere raus und ist nicht so angenehm zu fahren. Man, nicht Platz 12, wie geil ist denn das? Geil, Wheelspin und 10.000 gezogen. Das ist schon mal ein gutes Um für die nächsten Wheelspin-Ausgaben. Ich möchte mal kurz anmerken, gerade jetzt hier im Licht, wie unfassbar sexy der Apollo ist. Der ist auch sexy. Das lila ist geil. Dieses lila ist aber auch. Du wirst es auch sehen, sagen wir uns schon, das ist faszinierig. Sieht halt so böse als, aber ganz ehrlich, wenn man jetzt auch so den P1 anschaut oder den 918 oder so daneben, das sind schon schicke Hybridcars. 918 ist halt elegant. Ich habe erst kürzlich in Böblingen den Sender als GTR gesehen, Alter. Boah, okay. Wenn du da den Flügel siehst, da denkst du dir auch, was ist denn jetzt los? Der Diffusor von dem Ding. Der Splitter. Das ist ein Mörderteil. Der steht da beim Meilenwerk, beim McLaren-Händler im Ausstellungsraum. Alter Vater. Da habe ich den abgestellt. Da habe ich den abgestellt. Jetzt nur die Frage, wo du die Schlüssel hingelegt hast. Hast du den schon gesucht? Ich glaube, die sind in London. Gut, dass du über mir einfach mal schneebedeckt bist. Was hast denn du wieder getrieben, ey? Bei mir auch, ey. Das war so geil. Erstmal alle schneiden. Das müssen wir erstmal hier sauber machen, ja? Ja. Halten wir kurz innen. Ja, die zwei, wie gesagt, die kannst du mal angucken. Und das Krasse ist halt auch echt, gerade so beim 918 auch, wenn man den so auf Fotos sieht, dadurch, dass er so ein bisschen runde Form hat, wirkt er ja eigentlich, naja, wirkt jetzt nicht hoch oder so, aber er kommt auf Fotos trotzdem nicht so flach und breit rüber, wie er in Real Life ist. In Real Life ist es so ein kleines, flaches, trotzdem fettes, also fett im Sinne von breites Fahrzeug. Also es ist schon echt übel. Wenn du ihn das erste Mal siehst, denkst du echt, ach du Scheiße, ist der klein. Ja, genau. Man denkt, die sind viel größer so, aber das sind richtig kleine Fahrzeuge. Also Bugatti ist jetzt auch nicht so. Ja, der ist auch nicht so riesig, ne? Der wirkt nur so. Das ist so ein bisschen enttäuschendes Gefühl. Aber ich glaube, man kennt es eigentlich auch ganz gut hier im Spiel, das Mannequin, den man ja hat, also seinen Avatar, hat ja im Prinzip sozusagen eine Normalgröße und auch immer im richtigen Verhältnis. Und da erkennt man dann vielleicht schon so ein bisschen, okay, wenn der jetzt so groß ist im Vergleich zu dem, wenn man das dann mal vergleicht zum Beispiel Velociraptor, den wir jetzt ja mittlerweile im Spiel haben, dann merkst du, okay, ist vielleicht ein dezenter Platzunterschied. Ja, aber guck dir den Mazda vor uns an. Der Mazda ist ziemlich groß und... Ja, das stimmt. Das ist aber auch krass bei Größen, wenn man sich ein LMP1-Auto anschaut, man denkt, die sind eigentlich echt groß, weil wenn man mal vor so einem 919 steht oder so, dann ist das so... Wie klein. Ja, ja, aber Cockpit musst du mal reingucken, da hast du ja gar keinen Platz. Und die fahren halt trotzdem dann ihre 350 Sachen in den Dingern und retten so, okay. Ja, klar. Ja, klar. Ganz anders ist es dann bei den Formel 1 Autos, wenn du so die aktuellen, die ich gesehen hast, das sind ja riesige Dinge. Ja, aber wobei, ich finde auch, selbst die modernen Formel 1 Autos, die sind auch kleiner, als man denkt. Also man denkt im Fernseher auch, die sind viel, viel größer, wenn man die aber in real life sieht oder mal daneben steht, die sind, das sind auch kleine Autos eigentlich. Und dann der 911 Cup daneben steht, dann denkst du einfach so, was ist jetzt los? Ja, und der ist ja auch nicht groß eigentlich so gesehen, deswegen ist es schon lustig, wie unterschiedlich man das manchmal täuscht. Ja, aber was nicht täuscht, ist natürlich, um den Schwenk wieder mal aufs Format zu bekommen, die aktuelle Tabellensituation. Da werfen wir nämlich jetzt den Blick drauf. Und da sehen wir ja, die Führung von Deutschland bleibt bestehen. 25,5 Punkte zu 22,5 Punkte. Bei den Einzelduellen ist ja auch kein Ausgleich gerade in Sicht. Wir sehen, dass der Mercedes-AMG GTS das Ganze sehr dominant führt. Das ist das dominanteste Duell, was wir heute sehen gerade. Ah doch, es gibt einen Ausgleich, das habe ich fast schon übersehen. Der Senna und der Apollo Intensa Emotione, die haben ein ausgeglichenes Duell. Okay, sehr schön. Weiter entspannt natürlich bei den Rally-Karren, die gerade eben richtig abgegangen sind. Aber das war natürlich im Regen und so, das war so ein bisschen irrterer. Ja, wo sie vielleicht auch so ein bisschen ihren Vorteil haben, ist natürlich jetzt beim nächsten Event. Da fahren wir natürlich das Sprint-Rennen in der Nacht. Und Rally-Fahrzeuge haben des Öfteren mal auch Zusatz-Scheinwerfer. Und vielleicht sehen sie da ein bisschen mehr. Man weiß es nicht, wir schauen einfach mal. Ähm, deswegen ja, auf zum Sprint in der Nacht. Hach, der Trick! Ich starte einfach im zweiten Gang. So sieht es eigentlich aus. spiel mir das Lied vom Drehzahlbegrenzer ok das hast du schon sehr verwirrt gerade hat keiner gesehen ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern ja dazu äußere ich mich auch lieber mal nicht sollst du dich nicht an meiner Corenspeed orientieren Ray der Bank ist mein Hauptsumkipp das Problem ist aber wirklich dass das Hinterteil des P1 sich gerne mal dazu entscheidet hm lass mal nach vorne gehen oh ich will auch sonst bis zu mir kommen einfach alle kannst du die Folge angucken auf YouTube ich versuche auch ein bisschen untertourig mit dem Ding rauszuschleunigen das macht es auf jeden Fall angenehmer oh Gott warum den Garten eigentlich hier werde ich einfach nichts schnupfen können aber tatsächlich fährt sich der P1 in manchen Facetten sehr ähnlich zum 27 das ist belastend gespät ja das ist nämlich auch manchmal das Heck so ein bisschen leicht wird also da fehlt gerade Power ohne Ende aber du musst so spät aufs Gas gehen beim Corenspeed sonst haut zieht es dich so übel raus ähm äh Benny nö die gerade nein 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 was so wieso wieso ähm es geht jetzt vielleicht siehst du hinter mir heller werden nein da fährt er vorbei nice oh die Brückenkarte oh belastend ja nimm's nicht übel der 918 ist einfach lechter also ich glaube für meine Bremsen muss ich noch ein Grundstück dazukaufen ich hasse Geraden ich hasse es ich hasse Porsa gerade ja dann lässt du dich ja dann freuen aufs nächste Event also da gibt es ganz ganz wenig Geraden nein ja bis zu langen Geraden habe ich vor meinem Kollegen geführt und dann ist er vorbeigefahren einfach also wie ich den GT auf der also der normale GT auf der Geraden stehen lassen mit dem Viertürer das ist schon komisch da ist auch zwei Türen mehr und außerdem an Allrad ne ja ja und man darf auch nicht vergessen dass der GT Viertürer der aktuell von den aktueller werblichen AMGs den stärksten PS stärksten oder überhaupt leistungsstärksten Motor hat so wie viel Leistungsunterschied haben wir da dann hat er das immer noch achso es kann sein dass mittlerweile was anderes rausgekommen ist aber vor paar Monaten achso der Black Series gibt's ja ja aber der Black Series hat doch nicht so viel Leistung wie der GT Viertürer oder der Black Series hat 710 glaube ich 710 oder so sei es rum er hat auf jeden Fall ein bisschen Leistung so haben wir uns geeinigt worauf wir uns noch nicht so ganz geeinigt haben ist natürlich das Endergebnis da steht nämlich noch ein Duell aus das große Finale aber bevor wir zu dem kommen schauen wir natürlich jetzt erstmal auf den zwischenzeitlichen Gesamtstand in der Gesamttabelle schauen wir mal drauf ja und die hauchdünne Führung von Deutschland bleibt bestehen 28,5 Punkte zu 25,5 also alles noch drin genauso bei den Duellen zwischen Metro und Audi Metro klingt nämlich falsch also zwischen MG und Audi so ähm sowie auch beim Senna und beim Apollo da kann es auch noch in die andere Richtung gehen sonst sind alle Einzelduelle schon entschieden egal wie es jetzt ausgeht aber sie können trotzdem wichtige Punkte natürlich fürs fürs Land ja einfahren und äh das finden wir jetzt raus beim großen Finale und da gibt es wie gesagt doppelte Punktzahl das heißt der Sieger eines Einzelduells holt zwei Punkte fürs Team das heißt jedes Team kann in der Summe zwölf Punkte nochmal dazu bekommen also da ist auf jeden Fall alles drin und ich würde sagen los geht's zum großen Finale und damit ist das große Finale gestartet also starten kann der Wettlay das muss man ihm lassen also da geht er echt dafür der Rakete oh fuck ja aber selbst dafür also der hat ja so einen perversen Kickdown dein lieber Abzug ist ja natürliches äh Terrain BMG hat den Kassel ready ne 5% hat Benz wieder durch das habe ich gesehen und hat cool ausgeschaut oh Gott oh Gott alter wie das rausziehen anfängt minimal eine Scheiben spür verursacht legt mich am Arsch kommt das mal ein Murmel vorbeigeschossen hier also der das muss man wirklich sagen der vierte Torwart der hat Power und der ist jetzt nicht mal so unagil aber sobald du die Scheitelpunkte nach der Kurve hast fängt er übrigens das Untersteuern an und zieht du dir raus du bist der Scheitelpunkt nach der Kurve ja wenn du so gesehen den Scheitelpunkt der Kurve danach da fängt er übrigens das aus wenn du normal rausbeschleunigt das tut ihr einfach mal die Driftshow ab ne ne hast du nicht gesehen er hat einfach einen Scheitelpunkt auf der Geraden ja du bist quer gefahren wahrscheinlich wegen Bodenwelle oder ja ja da kam die Bodenwelle und hat komplett alles hochgehoben hinten das ganze Auto das ganze Auto ey gleich einen Backflipf mach das ist die berühmte Bodenwelle die ich immer kurz vor Ende des Rennens hab da war sie mal mitten im Rennen was fängt er jetzt auf einmal zu untersteuern an was wagst du zum untersteuern ey das what ich sag lieber nix geh weg Chris nein doch ja also jetzt ist untersteuern des Todes hier bei dem 980 ich überhole ich ich überhole der mit ich überhole der mit ich überhole der große ich habe immer noch dass es nicht so schnell ist ich überhole das Heck für England James ey Chris ist das gleiche alter trifft die Brücke ach Gott sei Dank na wenn ist der GTS so lahm achte drauf die Haarnadel ist der Checker ein bisschen scheiße besitzt ja der Murmel ist ja schon wieder dran ich komme aber nicht gerade du nutzt die ganze Straße und der Wagen braucht ja wenn es nach dem geht braucht er ein Flugfeld mal Chris mit dem Apex oder mit dem Kurve fahren Andy du musst dich jetzt gar nicht auch protesten das ist halt wieder das Phänomen dass ich der Kram komplett anders fährt das ist unfassbar auf der Finale Strecke ja das ist echt so auf der Finale Strecke allerdings ja weiß nicht also bei mir ist es beim P1 ist es nicht der Apollo ist auf einmal Untersteuerkönig das ist beim ganz massiv der Scheiße ich habe mich durch die Leistung ganz anderes Auto in der Kurve ja anders ist es auch beim B1 aber ich es ist vielleicht entschärft aber er hat immer noch so dieses in die langsamen Kurven rein dass der Arsch einen überholen möchte Karma ja da muss ich jetzt gerade nochmal das ist ja gut verpasst quasi die Front ist untersteuern und die Hinterachse ist übersteuern so ein ganz komisches ganz komisches Fahren irgendwie bei dem Ding ja jetzt habe ich den einzigen Baum hier getroffen am Backpoint ja das will wieder ein grüner Daumen wieder ja ja ich fahr ja auch Hybrid aus bitte naja so lass dich sie gerade doch entmannen im Gegensatz zu dir kann ich ja auch rein elektrisch fahren kann ich auch ach stimmt ja nur der Lafarade der Lafarade ja aber ich kann es nicht lang ich kann es 5m ich kann 5m vor und 5m zurück denn es ist leer es reicht zum Einparken ja du hast ja wie mein Name das Kind hebt ja du hast ja wie mein Name das Kind hebt wie ist es halt bei dir richtig oh Gott oh Gott oh Gott Mann hier ist doch ne gerade ok ne, warmeint es muss aufs Wasser geben vielleicht zu Hause aber die Front bricht mir jedes Mal weg ja aber nicht nur dir es ist mir genauso merken sie ganz engen kurven vom quadro tatsächlich besser rum aber sobald auf downforce geht ist der metro besser daumen vor sagte ja also liebe zuschauer haut mal ein bisschen daumen vor und nicht die glocke vergessen aber wenn es euch gefällt natürlich trotzdem gerne däubchen herum da lassen dieses ausspannende duell darf das der rail sich zu drehen oder nicht sieben autos bin aller was ich versuchte wenn es aufzuholen oder macht doch vorher gefühlt ich habe echt irgendwie so wenn ich mich in der turi fahre mit dem p1 ist er tausendmal angenehmer der ist so gifflig auf der hinterachse ich bin doch ne kack mauer mit mann persönlich finde ich den vantager schöner am fahrverhalten aber der gts ist auch nicht so ja beim gts ist der kurvenspeed halt nicht ganz so toll weil gleich den camp block und ziehen jeder kurve die handbremse dass die kiste rumkommt ja es wird man nicht mehr auge da kommt jetzt die beinahe kollision kannst du warten ich habe alle das wartet so ach so zu spät ach das ist ein gesicht ach andi selber die grundzeit jetzt kannst du noch warten weil ich wollte das ergebnis jetzt nicht verfälschen so warte mal warte mal gib mir noch 15 sekunden oh das wird das knappste ende der welt jetzt kommt nage gerade der audi ist hinten dran scheiße komm ey krass ey über 20 sekunden haben die da vorne mir weggenommen fuck 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 woher ist es dabei du bist dein arsch die sind ineinander aber die sind minimal vorne ach die rundenzeit zwischen zender und apollo ist ja mal sick holy ich fahre in der auto denke ich voll im quattro das ist ja ein zahlendreher drin ne ach so jetzt wurde ich aber vom m4 ausgezogen du hä der hat sich hier das war wieder dieses zum strecken symbol auch nochmal ein gutes stück angenehmer gefahren da er hatte die ganze zeit so ein leichtes untersteuern drin was jetzt irgendwie komplett weg war aber murmel gg mir hätte jetzt irgendwie ein bisschen boost gefehlt aber wie gesagt auf einmal auf der strecke volles rohr angefangen mit dem untersteuern aber gg an garten gg zurück okay ja interessant ich würde sagen wir wollen natürlich wissen wie das erste länderduell zwischen england und deutschland ausgegangen ist und das sieht wie folgt aus deutschland gewinnt mit 36 ein halb punkte zu 29 ein halb grad das finale war nochmal so ein richtiger punkte bringer für deutschland da wurde es gar nicht heiß am ende und ja aber war doch ein spannendes und interessantes länder duell und ja wenn man mal auf die einzelnen duelle geht ja jetzt jedes amg gts der hat ziemlich eindeutig gemacht also benny gegenüber gartenhaini 10 zu 1 auch wins mit dem gt4 tür also die amg ist hier ziemlich stark unterwegs 9 zu 2 mit eines der engsten duelle war natürlich die beiden gruppe b rallye fahrzeuge mc metro gegen audi sport quattro von auch der audi das duell für sich entscheidet das eine duelle was aber dann brite für sich entscheidet ist der s martin vantage gt 12 gegen den entschuldigung gegen den bmw m4 gts 6 zu 5 ganz knapp nur ein punkt unterschied dann ein bisschen klarer das duell zwischen mclaren p1 und dem 918 spider wobei man da auch schon wieder sagen muss man hat sie aus meiner sicht gesehen so wahnsinnig weit auseinander wie die punkte jetzt zu suggerieren war es ja gar nicht das ist immer so noch in sichtkontakt gewesen deswegen das sieht dann immer ein bisschen krasser aus als es schlussendlich war und das letzte duell zwischen mclaren senna und apollo intensa emotione gegen 7 zu 4 für den senna aus wobei an die auch schon gesagt hat der apollo hat sich gerade im letzten renner nicht mehr so schön fahren lassen dann war es schon ein bisschen schwieriger für den senna nichtsdestotrotz wie gesagt 26 1 halb für deutschland 29 1 halb für england großbritannien die insel menschen was auch immer ja damit ist ja das erste länder duel quasi abgedreht wir freuen uns natürlich auf weitere und schön dass du eingeschaltet hast aber noch nicht abschalten es gibt noch ein ganz ganz wichtiges duell es gibt zwar keine punkte aber es geht hoch hinaus es kommt der sprungvergleich abfahrt wenn ich mich ein bisschen mehr angestrengt hätt ich zu null geworden jetzt hätte ich das hätte aber nichts am endergebnis geändert also sogar irgendwie ist es schade knappe duell mit audi und metro sehr stark durch netzwerk hier und da spielen würde ja jetzt im m4 auch musste mich finden können wenn ich nicht in dem sprint rennen die wie weit ist mich halt einfach gehauen das coole war ich habe andy übersprungen beim sprung das war auch das war ein anderes überholmanöver ja sehr schön das soll es gewesen sein wie schon erwähnt wenn es dir gefallen hat das es noch um das check auf jeden fall in die anderen sichten die andere sicht aus und dann bis zu den nächsten multiplayer folgen bis zu den nächsten duellen oder beziehungsweise lander duell wir sagen tschüss und bis dann tschaui tschüss